Jetzt hab ich... Okay. Go to Quests. Mushrooms und Honeycombs. Okay, ich kann auch Sachen markieren auf der Karte. Was? Wo soll ich klicken? In your journal. Click on Collection. Ach, hier oben. Then Items. Honeycombs. Äh... Okay. Hier vorne sind Pilze. Das hab ich ja schon gesehen. Ihr magischer Talisman wurde gestaunen. Gestullen. Oh... Okay. Wir müssen die Bären mitnehmen, die wir hier vorne gefunden haben. Hier. Jetzt hol mal Pilze. Äh, und wo krieg ich jetzt aber... Ähm... Für die Bienenbaben mach ich mir mehr Sorgen. Das Haus... Warte, es hieß, es ist was markiert. Gut. Hier, dort müssen wir hin, um ihren... Talisman zurückzuholen. So was finde ich aber ziemlich cool eigentlich. Wenn du auf 100% spielen möchtest. Crafting. Crafting. Friends. Wir können Freunde haben. Hier. Und es gibt... Ich dachte, ich hab das schon abgeschlossen. Es fehlen immer noch tatsächlich Kürbisse. Okay, wo kriege ich jetzt Honeycombs? Da ist ein Honeycombs. Aim. Oh, ich kann... Die Vögel... Ich kann die Vögel werfen? Warte, ich hab schon genug. Nee, ich muss den Talisman zurückbringen. Sie hat gesagt, sonst... Oh. Äh... Sonst werd ich... Ihr... Teil ihrer Suppe. Okay. Das wird ja wohl kein Problem... ...darstellen. Ist noch mehr? Ein bisschen mehr ist zu wenig. Ja, hüpfen... ...Dinge... ... sich die bekämpfen? Oh, ich helfe euch! Oh, ich helfe euch! Oh, mit Haar kann ich einfach zu ihr zu... Ich dachte, wir sind vielleicht ein bisschen böse. Aber irgendwie sind die ziemlich süß. Aber irgendwie sind die ziemlich süß. Haar... Home. Okay, sie ist im Haus. Fluss. Das ist natürlich eine unschöne Ansicht. Ah, Rika heißt Fluss? Wir machen keine Suppe, wir machen ein Ritual. Ja... Wir müssen noch mehr Sachen holen. Wir müssen noch mehr Sachen holen. Okay, wir holen jetzt noch einen Ast und bringen dann einen Huhn mit rein. Oh, da ist die Kiste. Okay. Hätte sie auch selber holen können, die Hexe, oder? So, welches Huhn nehmen wir mit rein? Ich glaube, das Huhn wird geopfert. Tut mir leid. Kenne dich aber zum Glück nicht persönlich. Okay. Okay. Okay, ich folge dir. Ach, wenn NPCs immer langsamer laufen, als man selbst. Oh, da. Ah, jetzt wird das Haus wieder aufgebaut von Hexe Baba Yaga. Guck, da sind die ganzen Knochen von den Hühnerbeinen. Da sieht man auch die Zähne. Ich muss auch sagen, es war super schwer, jetzt die Zutaten hier zu organisieren für das Ritual. Das hat die Hexe nicht alleine geschafft. Wenn ich nicht da gewesen wäre... Boah. Oh, Textübersprung. Okay. Ich muss das Huhn jetzt hier reinmachen. Äh, muss das so? Oh! Oh, Hexe kann rennen. Oh! Oh, okay. Hey, Tshiki. Warte. Können wir irgendein Ei holen? Und Getreide? Oder so? Ich war gerade nicht so ganz bei der Sache. Hier war irgendwas mit Ehe. Aber sie hat auch irgendwas von Getreide gesagt. Warte. Hier steht bloß das Ei. Ja. Okay. Okay. Ich gehe. Äh, ich soll hier hinter. Und Honeycomb reinlegen. Wir beschwören jetzt den Gott der Fruchtbarkeit. Clockwise around the house. Okay. Okay. Kann ich zugucken. Okay. Müssen die ganzen Knochen... Oh... Gibt es noch was? Hast du ein bisschen mehr? Ja. Das ist alles. Komm, ich sehe nichts. Hilfe! Ja, das hat sich super angefühlt, diese Kraft zu haben. Ich hole noch mehr Zeug. Hm... Hm... Warum wird das jetzt so grau? Ich brauche jetzt noch meine Haare. Gut. Okay. Ich denke tatsächlich, dass das tatsächlich relativ akkurat ist, was die Sage angeht um Baba Yaga. Aber ich kenne die jetzt nicht im Detail. Das sieht schön aus. Ich denke noch mal, hatte ich auch noch was. Ich bin jetzt... Ehm... Ehm? Ich soll, okay, ich befehle jetzt, äh, setze dich. Ich will mein eigenes Zimmer haben und einrichten. Yes. Ja, okay, Baba Yaga braucht das größte Zimmer. Es ist okay, da werde ich jetzt nicht umstreiten. Wow. Oh. 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 Okay. Up above any of her placed house parts? I'm gonna see to store. Okay. Okay. Roof piece. Brauche ich jetzt noch nicht. Okay, aber ich muss es noch nicht bauen. Und ich kann drehen. Okay. Ähm, kann ich hier erst noch fertig machen? Warum kann ich... Kann ich das jetzt nicht machen, weil ich was anderes machen soll? Ich muss erst ein Tutorial machen. Okay. Sitzt dich's gemütlich. Ich habe auch einen Stuhl bekommen. Okay. Wir gehen also quasi schon Richtung Ende der Demo. Es hieß ja, wenn wir diese Map verlassen, endet die Demo. Und sie sagt auch gerade, ich kann jetzt meinen Stuhl hinsetzen und unserem Haus befehlen, in den dichten Nebel zu gehen. Aber dann verlassen wir diese Map. Also ich kann mich vorher noch ein bisschen umgucken, bevor ich das tue. Ach, das ist ja ein schöner Stuhl für mich. Okay. 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 Und wenn man die Taste nur drückt... Ich sollte hier den Boden noch fertig machen. Was ist hier?